Mein Name ist Nikolas König. Ich studiere hier an der ETH Nuklearingenieurwesen. Meine Motivation, den Masterstudiengang abzufangen, ist einerseits eine moralische gewesen, weil man zu der Entwicklung einer Technologie, die CO2-frei Strom liefern kann, beitragen kann. Andererseits ist es, weil die Technik und Physik hinter dem Ganzen sehr, sehr spannend sind. An der Kernenergie reizt mich so, dass es eine absolute Hochtechnologieform ist, bei denen wir die Grenzen dessen, was technisch machbar ist, erreichen und ausweiten. Auch international wird im Moment in dem Bereich viel geforscht an verschiedensten Reaktortypen, die Materialien verwenden, die einem als normaler Ingenieur nie über den Weg laufen würden. Über die Zukunft der Kernenergie in der Schweiz denke ich, dass sie absolut wiederkommen wird, da die Notwendigkeit einer zuverlässigen und CO2-freien Energiequelle existiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus